Im heutigen Video geht es im Themenbereich Konstruktion um die Bauteile. Wir sprechen über Decken und Geschosse. Willkommen in einem weiteren spannenden Ark & Böhm Lehrvideo. Wenn Sie den Grundlagenkurs von Anfang an verfolgen, haben Sie bestimmt festgestellt, dass ich versuche Ihnen immer möglichst ein Bauteil oder eine Funktion komplett zu erklären. Das ist natürlich beim Einstieg in eine neue Software äußerst wichtig, führt aber auch häufig dazu, dass Sie bei Ihrer Arbeit in ein Muster verfallen und immer wieder dieselben Arbeitsgänge anwenden und damit meistens weder effizient noch effektiv mit Ark & Böhm arbeiten. Mein Lieblingsthema sind hier die unverbesserlichen Hilfslinienperfektionisten der alten Ark & Professional Generation. Seit mehr als 20 Jahren sind viele von Ihnen komplett resistent gegen die Empfehlung mal einen anderen Weg auszuprobieren. Zugegeben, in Ark & Professional war der Hilfslinienweg in nahezu allen Fällen der heilige Gral und durch nichts zu ersetzen, weil schlichtweg vernünftige Alternativen fehlten. Bei Ark & Böhm ist das komplett anders. Hier führen viele Wege nach Rom und je mehr Sie davon kennen, desto zielgerichteter suchen Sie sich automatisch die Via Appia direkt ins Zentrum aus, um hier nur einmal in Bildern zu sprechen. Ich will Sie in Ihrem eigenen Interesse bitten, sich einfach einmal auszuprobieren. Ich selbst kenne den straffen Planungsalltag weiß von den diversen Aufgaben, die auf einen meistens unverhofft und ungewollt einprasseln. Da bleibt wenig Zeit für Experimente und man geht dann eben den Umweg und nutzt nicht die gut ausgebaute, eben erwähnte Hauptstraße direkt ins alte Rom. Genau aus diesem Grund greife ich die kleinen Helferlein rechts und links von Ihrem eingetretenen Weg im Dschungel der Funktionen auf und zeige Ihnen eine bereits erlernte Arbeitsweise, auch mal mit anderen Werkzeugen, auch auf eine andere Art. Denn manchmal ist das der effektivste, effizienteste und damit auch der schnellste Weg zum Planungsziel. Ich nehme Ihnen gern das langwierige Ausprobieren ab und führe Sie mit unseren Videos wieder aus der gedanklichen Einbahnstraße auf den richtigen Weg. Ich benötige dazu nur eine einzige Gegenleistung von Ihnen, Ihre Aufmerksamkeit und natürlich die Bereitschaft, sich zumindest mit einem Minimum an Zeitansatz ein Video anzuschauen. Denn ein Bild sagt meistens schon mehr als tausend Worte. Was vermag dann erst ein Video mit bewegten Bildern für Ihre Arbeitsweise mit Arkon Böhm auslösen? Ich mag es mir kaum vorstellen. Sie hören die Spitzfindigkeit und mein Anstacheln schon ein wenig raus und genau das war auch der Sinn des kleinen verbalbildlichen Exkurses. Ich möchte, dass Sie es sich, mir und uns allen beweisen, dass Arkon Böhm keine Herausforderung, sondern eine Arbeitserleichterung für Sie bietet. Freuen Sie sich also auf jedes neue Video, in dem ich versuchen werde, Sie immer mal wieder mit alternativen Herangehensweisen zu überraschen. Ein Kanalabo und die Aktivierung der kleinen Glocke wären hier der heiße Tipp, damit Sie zukünftig kein Video mehr verpassen. Und die gewonnene Zeit schenken Sie sich dann einfach selbst und nutzen Sie für die anderen so wichtigen Aufgaben im Arbeitsalltag oder begleiten mich einfach gleich im nächsten Video. Und genau das machen wir jetzt und steigen mit einer kleinen Auffrischung und einigen Tipps ins heutige Thema ein. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Starten wir also direkt ins heutige Thema mit unserer kleinen Auffrischung. Sie sehen, ich habe ein ganz leeres Projekt frisch für Sie vorbereitet, ohne viel Vorarbeit. Das machen wir jetzt nämlich gleich gemeinsam. Und zwar suchen wir uns dazu nochmal über die Wandfunktion, die polygonale Wand aus, gehen in unseren Katalog und ich benutze jetzt einmal bewusst die reine Außenwand 36,5 ohne unser Deckenauflager, die als Standard definiert ist, weil ich Ihnen gleich an dem Thema Decke noch vorab einige Dinge zeigen möchte und wir bauen dann sozusagen uns unser geleveltes Haus zusammen. Aber wie gesagt, geht gleich los. Dazu zeichnen wir uns noch einmal einen Grundriss auf. Auch hier nochmal der kleine Refresher, die Taste W, legt dann eben die Achse fest. Ich nehme jetzt hier einfach mal so 12, 13 Meter. Auch hier nochmal geht jetzt wirklich nur ums Prinzip. Und auch hier sehen Sie wieder unsere Helferlein. Die Hilfslinie können Sie komplett vergessen. Denn hier unten, ich zeige nochmal drauf, haben Sie auf Richtungen fangen. Und wenn Sie das aktivieren, sehen Sie schon, wird hier automatisch eingeschnappt. Sie kriegen die rote gestrichelte Hilfslinie, setzen den Raum zu und gehen dann an die Außenkante oder an die Außenecke. Durch das grüne Kreuz und den grünen Kreis wird signalisiert, dass das Gebäude, in diesem Fall dieser einzelne Raum hier geschlossen wird. Ich bestätige, das muss nichts weiter tun. Der Raum ist fertig, ohne jegliche Hilfslinie. Das Gleiche hätte natürlich auch funktioniert, wenn ich die Werte eingegeben habe. Auch das tun wir jetzt noch einmal. Das heißt, ich gebe nochmal hier über die Taste Tabulator oder einfach das Losschreiben. 10,99 Meter ein, drücke die Enter-Taste, weil ich ja schon in die Richtung zeige, gehe nach oben, gebe dann zum Beispiel, ich gebe jetzt mal nicht die Tabulator-Taste frei, 12,99 Meter ein. Wir zeigen bereits nach oben, der Wert wird ausgeführt, ohne jegliche Hilfslinie. Ich gehe wieder nach links rüber. Sie sehen, oben steht in der Hilfskonstruktion schon 10,99. Ich setze hier ab und kann direkt hier unten wieder auf dem kleinen grünen Kreuz schließen. Damit ist eigentlich auch schon der komplette Wandrefresher erledigt. All das, was wir in vier langen oder fünf langen Videos geübt haben, ist hier eigentlich auch sofort wieder erklärt. Jetzt machen wir Folgendes. Und zwar hatte ich Ihnen ja auch gezeigt, wir haben die Windows-Funktionalität. Das heißt, ich bin in der Lage, mir auch so ein Gebilde oder einen Bereich zu markieren. Die Taste STRG-C für STRG-Copy, für alle, die in Office unterwegs sind oder in der Windows-Welt sicherlich bekannt. Die Taste STRG-V für Einfügen. Dann haben Sie die Konstruktion an dem Cursor hängen, der liegt meistens immer in der Mitte vor. Durch die Taste W toggele ich wieder durch die Punkte, also sprich die Eckpunkte und die Mitte. Und Sie sehen auch hier, zack, der kleine Helfer gibt mir wieder sofort die Flucht. Ich setze das Element ab und fertig. Ich hätte sogar noch den Abstand definieren können, aber wir wollen es mit dem Refresher heute auch nicht übertreiben. Das soll jetzt erst mal für die Eingabe eines Wannkontrisses gewesen sein. Selbstverständlich hätten Sie den Raum auch mit der gedrückten linken Maustaste durch Aufziehen des Rechtecks komplett markieren können. Rechte Mausklick in den Bereich Kopieren wählen, an einen anderen Bereich verzweigen, rechte Mausklick Einfügen wählen, das Ganze wieder mit W absetzen und dann ist das Element hier natürlich auch gleich wieder in die Flucht gesetzt. Ich glaube, das ist als Refresher für den Wandbereich ganz okay. Damit können wir erst einmal arbeiten. Warum die Räume hier immer noch bestehen bleiben mit 0,0 Quadratmetern, verrate ich Ihnen dann im Raum-Tutorial, aber nicht heute. So, jetzt haben wir hier noch einen Raum, den lösche ich mal raus, dann haben wir hier schön zwei gleiche Räume und jetzt wollen wir uns mal den Decken zuwenden, dem heutigen Hauptthema des Tutorials. Ich habe Ihnen ja eben gerade einen Raum ausgewählt oder ausgebaut mit dem normalen AW36-5er Mauerwerk ohne das Deckenauflager. Das hat einen Grund, weil der zweite Refresher sich ein wenig mit der Übertragung der Eigenschaften beschäftigt und ich glaube, das ist eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, auch dieses Thema hier gleich nochmal aufleben zu lassen an einem praktischen Beispiel. Eigenschaften können auf einige Arten übertragen werden. Wir schauen uns einen Weg heute mal an. Ich habe hier eben schon fleißig mal einige Hilfslinien vorbereitet. Keine Angst, wir wollen nicht wieder in die alte Hilfslinie Manie verfallen, aber ich brauche die, um Ihnen hier eben kurz was zu belegen, was Sie sich bitte unbedingt merken und bitte immer berücksichtigen. Wenn Sie bei Wänden eine Änderung vornehmen und wollen in der Regel ja eine Wand einmal dicker machen, Das machen wir jetzt mal kurz an dem Beispiel und ich suche mir jetzt einfach mal hier irgendeine aus, zum Beispiel die mit Luftschicht und Dämmung. Dann sehen Sie jetzt an dieser Stelle, dass die Wand, die dicker geworden ist, natürlich die Hälfte der Dicke nach oben und nach unten abgetragen hat. Das wollen Sie natürlich in der Regel vermeiden, weil Sie sich sonst ja Ihre Baurichtmaße kaputt machen. Wir nehmen das nochmal zurück über die Undo-Taste, klicken da noch einige Male drauf, machen auch die dicken Änderungen wieder rückgängig und achten jetzt nochmal im sich öffnenden Konstruktionsmenü auf einen Schalter und zwar die konstante Wandachse. Diesen Schalter, den finden Sie auch hier oben. Der ist auch genauso hier in der Schnellauswahl drin und das macht es natürlich spannend, denn Sie haben ja eben gesehen, die dickere Wand wurde nach oben und nach unten abgewickelt und das ist genau dieser Schalter an dieser Stelle. Das heißt, wenn Sie Baurichtmaße außen haben, dann stellen Sie diesen Schalter der Wandachse einmal auf außen in dieser einen Wand. Sie können das auch bei allen machen, aber wir wollen ja komfortabel Wände übertragen und das zeige ich Ihnen dann natürlich gleich in einem einzigen Klick. Aber bei dem ersten sollten Sie das natürlich eben fix machen. Wie gesagt, auch da gibt es sicherlich noch andere Möglichkeiten. Ich finde es nur sehr schnell und einfach, eben die Wand anzuklicken, die erste Wandachse auf außen zu stellen, hier eben schnell die Wand auszuwählen und Sie sehen, klack, wird die Wand sauber nach innen abgewickelt. Ihr Baurichtmaß ist heile. So weit, so gut an dieser Stelle für den Übertrag oder die Änderung einer einzigen Wand. Wenn wir nun diese Eigenschaften auf mehrere Wände übertragen wollen, dann wäre es natürlich toll, das in einem Arbeitsgang zu tun und genau das machen wir. Ehrlich gesagt, es sind zwei Arbeitsgänge, aber wir versuchen das erstmal in einem Arbeitsgang. Ich nehme wieder die Taste P für die Pipette oder hier oben in der Menüleiste, greife mir die Eigenschaften ab, das kleine Fenster poppt dann sozusagen auf und ich könnte jetzt Wandstärke, Wandachse und Wandaufbau übertragen. Wir machen das exemplarisch mal und tappen natürlich in die gemeinsame Falle. Achten Sie bitte drauf. Die Wand wurde nach außen und nach innen abgetragen. Jetzt werden Sie sich vielleicht fragen, ja warum? Ich habe doch die Wandachse übertragen. Ja, das haben Sie auch. Sie ist außen, aber sie ist gemeinsam mit der Wandstärke übertragen worden in einem Arbeitsgang. Was heißt das im Umkehrschluss? Wir brauchen einen kurzen Zwischenschritt, nämlich das reine Übertragen der Wandachse und das machen wir natürlich auch nochmal, indem wir hier einige Werte zurücknehmen. Ich nehme nochmal die Wand hier raus. Wir nehmen nochmal die Taste P, greifen wieder die Werte ab. Deaktivieren alles bis auf die Wandachse, sagen Eigenschaften übertragen, Eigenschaften, Eigenschaften übertragen. Ich schließe das. Das würden Sie natürlich jetzt nicht machen. Ich will Ihnen das ja alles erklären. Deswegen dauert das alles ein bisschen länger, aber dann haben wir das gleich gesehen. Ich klicke mal eine Wand an und Sie sehen, aha, die Wandachse ist jetzt außen. Und jetzt, wo sie außen ist und wir wieder mit der Taste P die Wand nehmen, nehmen wir nur noch die Wandstärke und den Wandaufbau, klicken, klicken, klicken und die Wände sind alle einheitlich und nach Baurichtmaßen in unserem Hilfslinienkonstrukt eingebunden. Am Grundriss daneben zeige ich Ihnen das natürlich nochmal mit einer 36,5er und Deckenauflager. In diesem Fall, das ist es natürlich dann wesentlich einfacher, weil wir keine dicken Änderungen haben. Hier könnte ich tatsächlich drauf verzichten, die Wandachse auf außen zu stellen. Ich würde es aber vielleicht trotzdem tun an dieser Stelle, weil falls wir nochmal irgendwas in dem Bereich ändern wollen, haben wir zum Beispiel auch hier gleich den richtigen Weg beschritten. Ich gehe einfach nochmal auf das Deckenauflager. Die Wand hat sich geändert. Wir sehen das erstmal nicht, wenn wir uns ranzoomen. Auch hier nochmal kleiner Refresher. Unter Projektdetaillierung finden Sie hier die drei Auflösungen. Wenn Sie hier auf einfach sind, verschwindet dieser kleine winzige Strich. Das ist sozusagen die niedrigste Auflösung. Wenn Sie hier die Detaillierung anstellen, dann haben Sie hier, manchmal ist das mit der Grafikkarte in Artefakten verschwunden, diesen kleinen weißen Strich. Das signalisiert dann hier das Deckenauflager. Aber das, wie gesagt, ist ja eigentlich auch schon in den ersten Videos beschrieben worden. Jetzt haben wir das fertig und jetzt ist es wirklich einfach. Sie brauchen nur noch über die Taste P wieder auszuwählen und haben dann Wandstärke und Wandaufbau. Natürlich brauchen wir jetzt nichts mehr mit der Wandachse zu machen, aber ich nehme sie trotzdem nochmal mit, übertrage die eben geänderten Werte und damit sind jetzt alle dieser drei weiteren Wandkanten hier auch außen bündig bündig und man sieht auch hier die kleinen Linien natürlich sofort umgewandelt. Es gibt noch einen anderen eleganten Weg über einen Projektexplorer, kommen wir später zu. Ich finde diesen jetzt für den Schnellzugriff, für den täglichen Arbeitsprozess eigentlich einen am schönsten ausgewählten. Das soll es dann an dieser Stelle auch mit den Refreshern und Tipps und Tricks erst einmal gewesen sein. Vielleicht fällt uns zwischendurch nochmal sowas ein, dann werde ich das natürlich auch nochmal gerne mit aufgreifen. Wir wenden uns jetzt aber unserem eigentlichen Deckenthema zu und dazu würde ich Ihnen gern etwas zeigen. Wir haben hier auf der rechten Seite die Layer-Verwaltung, die öffne ich an dieser Stelle einmal, denn die wird vielleicht heute nicht super wichtig, aber es macht natürlich Sinn, wenn man weiß, wo die Decken liegen, wenn man natürlich schon mal an den Geschosshöhen denkt und arbeitet und auch da machen wir einfach mal einen kleinen Exkurs in die Vorbereitung. Wenn Sie ein Erdgeschoss haben, was in der Regel natürlich bei einem Lernprojekt immer angelegt wird, dann haben Sie hier oben das markierte Geschoss bearbeiten-Fenster und da haben Sie die Möglichkeit, hier über ein weiteres Fenster in diesem Bereich zu verzweigen, der Ihnen genau zeigt, wie sich die Niveaus in dem jeweiligen Geschoss verhalten. Arcon BIM rechnet immer von Fertigfußboden des aktuellen Geschosses, in dem Fall des Erdgeschosses, bis zum fertigen Fußboden des darüberliegenden Geschosses. Das ist genauso, wie es in Arcon Professional auch mal angelegt war. Wir haben das wieder aufgegriffen, weil wir finden, dass das eigentlich eine sehr gute Herangehensweise war und nach wie vor ist und deswegen ist es einfach so geblieben. Es gibt einige Änderungen, die sich mit den Deckenplatten an sich letztendlich beschäftigen, aber da kommen wir gleich erst zu. Vielleicht noch ein kleiner Tipp an dieser Stelle. Sie haben hier unten den Ladenknopf und wenn Sie hier Werte eingeben, dann haben die natürlich auch immer einen Bezug zueinander. Das heißt, wenn Sie den Fußboden ändern, die lichte Höhe ändern, dann ändert sich vielleicht auch die Geschosshöhe und so weiter. Jetzt wird es bei Ihnen wahrscheinlich im Büro auch so sein, dass Sie vielleicht drei, vier verschiedene Geschosshöhen haben im Normalbau. Ja, vielleicht auch nur zwei. Dann machen Sie doch folgendes. Ändern Sie doch einmal die Werte hier ab und speichern sich diese Datei. Ich zeige Ihnen das mal exemplarisch. Ich habe das hier schon vorbereitet und zwar nenne ich zum Beispiel so eine Datei EG lichte Höhe 250 Stahlbetondecke 18 Fußboden 20. Wenn ich das aktiviere, wird hier oben sofort alles geändert. Gleiches Spiel. EG 2,63 m 5 Stahlbeton 18 Fußboden 15. Wenn ich das mache, achten Sie auf die Werte, wird das sofort geändert. Jetzt würden Sie vielleicht sagen, ja gut, das kann ich auch eben reintippen, aber glauben Sie mir, wenn Sie das ein oder andere mal Wert reintippen, dann verändert sich hier, was Sie achten nicht drauf, dann stimmen die Höhen nicht. Legen Sie sich doch einmal die Werte an, speichern Sie sie, geben aussagekräftige Namen und haben die dann immer wieder im Schnellzugriff. Ich finde, eine sehr schöne Lösung, um sich die Geschosshöhen sofort im Zugriff zu halten. Kommen wir zum nächsten Punkt, der sitzt etwas höher und zwar haben wir hier Stammdaten automatischer Deckenplatten. Wenn wir das mal anwählen, dann sehen wir hier momentan die Stahlbetondeckenplatte und hier eine grün gestrichelt, die hatte ich in der Vorbereitung schon mal angelegt, Sie können hier aber natürlich alles anlegen und verwenden. Aber was ist denn das hier überhaupt? Wie komme ich da hin? Sie sehen hier unten schon Katalog und da denke ich, wissen Sie sofort, wo wir herkommen. Ich schließe das mal mit Abbrechen und gehe mal über die Konstruktion in unsere Deckenplatten-Symbolleiste hinein und wenn wir dort den Katalog öffnen, haben Sie hier Ihre beiden Deckenplatten. Und natürlich ist es genau wie bei den Wänden und bei allen anderen Bauteilen auch. Sie können sich Ihre Deckenplatten vorkonfigurieren. Ich habe jetzt mal hier so eine ganz verrückte in grün gestrichelt gemacht. Wir bauen gleich noch eine selber, legen die im Katalog ab und können die dann selbstverständlich standardmäßig hier zum Beispiel einhängen. Man könnte dann auch umstellen. Das geht übrigens auch geschossweise. Sie müssen das also nicht für jedes Geschoss oder für alle Geschosse auf einmal festlegen, sondern Sie können in jedem Geschoss natürlich entscheiden, welche Deckenplatte Sie nehmen wollen. Sie können also wirklich auch hier wieder den bisschen Fleiß-Einsatz nutzen, hier den Katalog füllen und dann hier in der Schnellauswahl sofort Ihren Aufbau laden. Das heißt, über das Laden der Definitionsdatei und die Auswahl der Deckenplatte, hier in diesem Fall die Stahlbeton-Deckenplatte, sind Sie eigentlich fertig mit Ihrem Geschossaufbau, ohne auch nur einmal nachdenken zu müssen. Diese Deckenplatten werden selbstverständlich automatisch gesetzt. Das heißt, wenn Sie nichts weiter sagen, wird hier Stammdatenautomatische Deckenplatte. Sie müssen auch nichts auswählen, dann wird eben die Dicke der Deckenplatte hier, die 25 cm, wird eben gesetzt als Standarddecke. Aber ist natürlich toll. Wir wollen ja kalkulieren, wir wollen ja Werte, wir wollen ja Massen haben im Regelfall. Dann ist es natürlich super, wenn Sie hier gleich eine richtige Decke reinhängen, denn dann haben Sie die ganzen Werte, die Sie vorne definiert haben, im Katalog auch schon komplett mit in der automatischen Decke drin. Jetzt kommt ja der Moment, wo Sie vielleicht sagen, hm, ich möchte vielleicht gar keine automatischen Decken, ich möchte meine Decken gerne alleine setzen, also manuell. Und da können Sie hier diesen Schalter verwenden, keine automatischen Deckenplatten setzen, dann wird der Bereich gegraut. Sie brauchen keine Angst haben, das steht da zwar noch drin, aber es wird jetzt nicht benutzt. Und in dem Moment, wo ich jetzt hier sage, okay, werden natürlich erst einmal auf beide Seiten, auf beide Räume die Höhenwerte angewendet und Sie werden dann natürlich auch alle Deckenplatten rausnehmen. Das macht momentan natürlich nicht wirklich einen Unterschied, weil Sie die automatischen Deckenplatten ja in 3D auch nicht sehen. Sehen Sie natürlich jetzt erst mal gar nichts. Also es verändert sich in diesem Fall nichts. Und da kommen wir auch gleich zu meinem nächsten Tipp. Damit wir jetzt nun nicht immer wieder umschalten müssen, ist es natürlich unwahrscheinlich wichtig, mit einer Fenstertechnik zu arbeiten. Ich habe hier im Büro einen 49 Zoll Monitor und noch einen 4K und einen Full HD Monitor neben mir stehen. Von daher fehlt mir nicht die Fläche. Ich kann natürlich hier bei YouTube am besten den Full HD präsentieren. Von daher ist es jetzt alles sehr zusammengefärscht. Aber vom Prinzip möchte ich es Ihnen zeigen. Sie gönnen sich natürlich bitte auch einen großen Monitor oder einen Breitmonitor oder zwei Monitore. Das werden Sie aber sicherlich sowieso im Büro haben. Dazu mache ich immer Folgendes. Ich gehe hier oben über die Werkzeugleiste hinein und docke mir hier das Explorer Fenster ab. Wenn ich das jetzt aufmache, dann ist dieses Fenster frei. Ich versuche das mal ein bisschen kleiner zu machen. Und ich lege mir das normalerweise auf meinem 49 Zoll Fernseher, kann man fast sagen, nach rechts außen neben dem Bildschirm. Das geht natürlich jetzt nicht. Das kann ich Ihnen nicht zeigen. Deshalb müssen wir das an dieser Stelle leider wieder andocken, beziehungsweise ich mache das für diesen Moment mal aus. Sie haben nur den Merker im Kopf. Sie können das abdocken und legen sich das rechts oder links, schiebt das jetzt mal raus. Das wird man bei YouTube nicht so gut sehen. Jetzt ist es nämlich verschwunden. Einfach neben die Oberfläche und haben somit ihre volle Fläche zum Arbeiten. Da ich das wie gesagt nicht zeigen kann, docken wir das jetzt wieder an und schließen das einmal. Hier oben haben Sie in diesem Bereich die Möglichkeit, neues Fenster anzulegen, überlappend anzulegen, nebeneinander, übereinander und natürlich die Fenster zu minimieren. Das kennen Sie auch aus der alten Arcon-Generation oder aus Ihren anderen CAD-Produkten, die Sie vielleicht einsetzen. Das ist kein Zauberwerk. Jetzt könnte ich natürlich hingehen, neues Fenster ansetzen, dann geht ein Fenster auf, da kann ich wieder was reinlegen, wie den Konstruktion oder die Sichten. Das kann ich machen, aber versuchen Sie doch einfach mal unseren Automatismus, denn da haben wir einen Layout-Schalter und da können Sie sagen, ein Fenster, das ist das, was wir sehen, zwei Fenster, wären logischerweise zwei geteilte oder vielleicht sogar eine Dreierteilung. Dann hätten Sie, wenn wir hier unten drei Fenster wählen, drei Fenster nebeneinander, die Sie nun frei mit Leben füllen können. Das heißt, ich würde mir hier oben zum Beispiel die Sicht, sprich den Schnitt hinlegen. Ach, den Schnitt haben wir noch gar nicht gemacht. Das machen wir an dieser Stelle mal. Das heißt, ist auch schön. Ich gehe hier mal in meine Konstruktion, füge mir eben einen Schnitt ein. Auch hier gibt es natürlich noch mal ein extra Video zu. Keine Angst, wir legen das eben noch mal schnell an. Nur, dass Sie sehen, das Fenster ist natürlich bei mir auch nicht mehr im normalen Monitor-Sichtfenster, sondern auch ausgelagert, sodass ich wirklich volle Fläche zum Arbeiten habe. Das heißt, ich habe jetzt hier meinen Schnitt. Hier unten lassen wir einfach die 3D und da in dieses Fenster klicke ich einmal mit der linken Maustaste rein und sage dann einfach, ich möchte hier gerne die Konstruktion anlegen. Das heißt, ich habe jetzt wirklich Zugriff auf alle Bereiche, die ich haben möchte. Ich könnte natürlich jetzt auch noch reingehen, im Layout 4 Fenster auswählen. Ich glaube, dann ist aber auch die Qualität hier erschöpft. Das lasse ich mal. 3 Fenster sollen jetzt an dieser Stelle für den kleinen Monitor ausreichen. Aber, und jetzt kommt der Punkt, Sie haben hier die Möglichkeit, auf die Mittellinie zu gehen. Und schauen Sie, ich schiebe das jetzt mal hin und her und das wäre natürlich bei den Einzelfenstern, wenn wir das hier mit Einzelfenstern machen, neues Fenster, neues Fenster und schieben die Hände zusammen, immer eine ordentliche Frickelei. Und das ersparen Sie sich, wenn Sie über das Layout die Dreierteilung waagerecht, also egal welche Teilung Sie hier nehmen. Sie haben immer diese kleinen Anfasspunkte, wie Sie das eben in der Windows-Welt kennen und können dann in jedem Fenster einfach durch einen Klick aktivieren. Sieht man, ich bewege mich da drin und kann voll da drin arbeiten. Das soll ein weiterer Tipp sein, wie Sie sehr einfach eine Oberfläche aufbauen und auf alles sofort einen Blick haben. Das soll dann an dieser Stelle auch alles zum Layout sein. Probieren Sie das einfach mal aus, so wie Ihnen das am besten gefällt. Sie können natürlich die Fenster auch mit anderem Leben füllen, aber wie gesagt, es war einfach nur ein kleiner Helfer-Tipp, der mir gestern, als ich den Kurs vorbereitet habe, so in den Kopf gekommen ist. Wir haben jetzt also unsere Konstruktion hier hingelegt. Ich würde diese Fenster mal ein kleines Stückchen kleiner machen, dass wir hier ein bisschen mehr sehen. Und jetzt kommt eben der Punkt, weswegen ich Ihnen zu einem großen oder zu mehreren Monitoren rate. Wenn wir jetzt hier den Layer-Verwaltung wieder aktivieren, dann sehen Sie, wird natürlich dieser Bereich hier nochmal geschmälert und ich fange jetzt natürlich an, wieder zu schieben, was natürlich letztendlich den Sinn dieser drei Fenster, der Ideologie, irgendwie schon wieder kaputt macht. Ich kann Ihnen versichern, Sie können auch noch mehrere Kataloge aufmachen, dann sehen Sie gar nichts mehr. Das muss man nicht tun. Sie können die auch einsimern. Ich persönlich mag das immer, wenn ich auf alles zugreifen kann, mich auf meinen Grundriss und auf meine Schnitte und auf meine Ansichten konzentrieren kann und mir alles andere außerhalb vom Fenster hier oder außerhalb meiner Monitorgrenze auf einem zweiten oder eben auf meinem riesengroßen erweiterten Monitor ausgelagert werden kann. Das kann ich Ihnen leider so nicht zeigen. Von daher bleiben wir an dieser Stelle eben mal hier mit diesem Schnappfang drin. Damit haben wir eigentlich den Bereich der Layouts komplett erklärt. Wir gehen zurück in unsere Geschossverwaltung. Ich zeige Ihnen jetzt noch einen Klassiker, den kennen Sie auch. Wenn Sie jetzt bei den Wandniveaus, bei den Massen oder auch der Holzkonstruktion noch einige Einstellungen vornehmen wollen, dann können Sie das natürlich an dieser Stelle tun. Wenn Sie ein neues Geschoss oberhalb einfügen, dann können Sie natürlich mit einem Reiter, der dann auch erst aufgeht, die kopierten Objekte festlegen, die Sie mit nach oben nehmen wollen. Also oder nach unten, je nachdem, wo Sie hin kopieren. Das wird häufig vergessen und dann haben Sie meistens irgendwie ein leeres Geschoss oder es fehlt eben was. Also auch hier, erst wenn Sie auf das Plus klicken, ein neues Geschoss oberhalb einfügen, habe ich in diesem Fall gewählt, wählen Sie unter kopierte Elemente eben aus, wie Sie und was Sie nach oben kopieren wollen. Ich denke, das ist aber eigentlich auch relativ klar. Okay, wir bleiben aber noch einmal an dieser Stelle. Schauen wir uns eben noch die anderen Knöpfe an, damit wir der Vollständigkeit halber hier natürlich auch einmal kurz drüber geflogen sind. Wir haben ja eben ein neues Geschoss oberhalb einfügen wollen. Sie können auch ein neues Geschoss oberhalb des aktuellen einfügen. Sie können ein neues Geschoss unterhalb einfügen. Wer sich diese kleinen Grafiken mal anschaut, der kann das, glaube ich, ganz gut identifizieren. Und da rechts daneben können Sie auch mit neuen Gebäuden arbeiten. Aber auch das ist heute alles nicht Thema. Ich bin da nur einmal drüber geflogen, damit wir in Gänze einmal hier kurz die Knöpfe komplett besprochen haben. Kommen wir also zurück auf unser Geschoss und schauen uns doch mal an, was wir nun hier mit unseren Decken realisieren können. Wie gesagt, ich möchte natürlich zum einen automatische Decken verwenden, aber eben manchmal auch keine automatische Decke. Und wenn wir diesen Schalter setzen, dann ist das natürlich genauso. Erstmal in 3D, ich lasse den nochmal raus und wir schauen uns in 3D an und sehen natürlich keine Änderung. Wenn wir jetzt hier im Schnitt sind, bitte nicht hinterfragen, wir machen das alles nochmal im Schnittseminar, dann müssen Sie den Schnitt immer einmal refreshen über diesen Berechnen-Knopf. Das heißt, die Änderungen, die Sie getätigt haben in der Konstruktion, werden dann aktualisiert. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Decke eingelegt, sozusagen auf beiden Bereichen und wir sehen auch schon, dass die Decke sauber aufliegt. Die Dämmung läuft durch. Das ist ja auch als Tragschicht in unserem Wand-Tutorial. Wir haben das ja besprochen, wie wir das machen. Und auch hier die 36 Fünfer ist sauber definiert. Die Decke liegt auf und die Vormauerschale liegt dann außen praktisch vor der Decke vor. Das ist, wenn wir hier nochmal über die Konstruktion gehen, die automatische Decke. Wenn ich jetzt die keine automatische Deckenplattenfunktion anwende, sage wieder OK, klicke hier wieder in meinen Schnitt, denn das ist gerade das Einzige, wo ich die Änderung sehe, drücke auf Berechnen, dann verschwinden die Schraffuren. die Decke an sich, also die Standarddecke, die an dieser Position, in dieser Dicke, ich glaube, wir haben 25 cm ausgewählt. Ich glaube, so war es. Wir schauen nochmal eben nach. Nicht, dass ich Ihnen hier irgendwas erzähle. Ja, 25 cm Rohdecke über meine Vorlaufdatei. Das ist dann eine sozusagen Positionierung dieser Decke. Diese ist aber keine Decke, weil sie nicht schraffiert ist, aber diese Positionierung wird eben gerade von der Standarddecke so gekennzeichnet. Das können wir hinterher alles ausblenden, ist aber heute nicht Thema. Nur damit Sie jetzt nicht denken, da liegt ja meine Decke noch. Sie ist nicht schraffiert und damit ist sie jetzt gerade auch nicht wirklich als geschnittenes Bauteil vorhanden. Ich habe also meine Standarddecken ausgeschaltet, wechsel zurück in meine Konstruktion, allerdings immer dann, wenn sie in einem Bereich oder in einem Fenster sind und umschalten, logisch schaltet auch das Fenster um, ist mir jetzt gerade passiert. Ich schalte natürlich hier wieder zurück und schalte hier in meinem Grundrissfenster natürlich den Bereich so, den ich haben will, schalte mir meine Geschossverwaltung eben einmal aus. Wie gesagt, wenn Sie einen größeren Monitor oder zwei haben, ist das natürlich herrlich, weil Sie komplett mit der gesamten Fläche arbeiten können. Von daher hier nochmal die Animation. Lassen Sie sich gerne einen Monitor schenken oder kaufen Sie sich einen, dann haben Sie diese Probleme nicht mehr. Also wir legen hier eine Decke einmal rein und das ist auch wirklich relativ einfach. Sie haben hier wieder Ihre Standard-Eingabewerkzeuge. Ich glaube, da gehen wir auch drüber. Sie haben natürlich die Möglichkeit, die Decke wieder auszuwählen. Dann nehmen wir erstmal den Standard. Sie haben die Möglichkeit, hier auch die Rohdecke zu definieren, also die relativ zur Unterkante Rohdecke, damit die Positionierung festzulegen und Sie haben hier keinen Zugriff gerade drauf, weil ja die Standard-Decke ausgewählt wurde. Das heißt, wenn Sie hier die Standard-Decke auswählen oder eine Decke auswählen, können Sie hier momentan keinen Zugriff drauf haben, da die 2D-Darstellung hinter diesem Bauteil liegt. Auch das haben wir bereits alles besprochen und das können Sie nur lösen, auch hier wieder ein kleiner Refresher, wenn Sie hier auf frei definierbar gehen und schon wird hier oben der Bereich frei, aber wenn Sie hier schon auf frei definierbar geklickt haben im Darstellungsfenster, dann können Sie das natürlich auch gleich hier ändern. Signal ist einfach nur, wenn Sie die Darstellung hier wählen und hier oben ist es gegraut, wissen Sie immer, da ist eine 2D-Darstellung am Bauteil hinterlegt. Wichtiger als die obere Leiste ist natürlich wie immer die zweite Leiste. Hier finden Sie den Katalog, wir hatten das ja eben schon offen und Sie haben einen Schalterniveauaufbau, wo wir natürlich die verschiedenen Werte für die Decke, für die Positionierung der Decke, also der manuellen, händischen Decke natürlich sofort anpassen können. Alles andere ist genauso, wie Sie das von dem Bereich der Wände kennen. Wenn wir jetzt mal eine Decke auswählen, zum Beispiel diese hier oder lassen Sie uns ruhig die grün gestrichelte nehmen, dann sieht sie natürlich auch gleich ein bisschen anders aus und ich lege mir jetzt diese Decke hier rein, dann macht das natürlich Sinn, die Decke auch gleich, weil wir ja händisch arbeiten. Wir hatten ja eben die automatische Decke, Sie sehen das hier noch im Schnitt, das ist ja wirklich nur die Darstellung, die automatische Decke lag ja vorhin bereits auf unserer tragenden Wandschicht auf, hat die natürlich abgeschnitten und die anderen Schichten vorne vor durchgeführt. Das müssen wir natürlich bei unserer händischen Decke selbst machen und auch berücksichtigen. Deshalb würde ich jetzt einfach mal hier oben auf die rechteckige Decke gehen, setze wieder hier an. Sie sehen auch schon, durch die rosa eine Darstellung mit dem Kreuz habe ich sofort die Ecke und ziehe mir meine grün gestrichelte Decke auf, passt dann ja ganz gut, markiert sehr schön und wir sehen das alles auch gut und setze die hier unten ab. Gleiches Spiel müssten wir natürlich dann an dieser Stelle auch machen. Da würde ich allerdings mal in der Schnellauswahl die andere Decke auswählen und auch hier müssen wir bitte wieder aufpassen. Das heißt, auch hier haben wir natürlich, man braucht es noch nicht mal zu sehen, Sie haben ja Ihre Helferlein hier unten eingeschaltet und dadurch, klack, rasten wir an dieser Stelle ein. Wir ziehen unsere Decke auf und die ist natürlich jetzt schwarz gestrichelt, weil wir die andere Deckenplatte gewählt haben. So haben wir einen kleinen Unterschied und ich ziehe diese Decke an dieser Stelle ein. Wenn wir jetzt wieder in unseren Schnitt gehen und auch das ist natürlich wieder nicht so schön auf diesem kleinen Monitor und ich drücke auf Berechnen, dann sehen Sie schon, haben wir eine andere Decke mit einem anderen Aufbau eingezogen und gleiches gilt hier. So wirklich viel hat sich natürlich nicht geändert. Ich glaube, da sind ein paar Zentimeter Unterschied, aber wir haben an dieser Stelle händische Decken eingelegt. Das heißt, Sie könnten natürlich auch hingehen und diese Decke jetzt einfach zum Beispiel an diese Stelle setzen. Sie können auch so eine schräge Decke setzen. Das sieht natürlich irgendwie dann sehr komisch aus, aber die freie Decke kann wirklich hier auf dem Grundriss so definiert werden, wie Sie das möchten. Natürlich hätte das jetzt Sinn gemacht, das im Polygonbereich zu tun und jetzt ziehen wir diese Punkte natürlich wieder auf die Außenkanten, aber Sie sehen schon, es ist alles möglich. Mit den freien Decken zu arbeiten ist wirklich eine sehr, sehr schöne Funktionalität, die ich mittlerweile ausschließlich verwende. Ich benutze fast gar nicht mehr die automatischen Decken. Das ist natürlich für die Kollegen von Ihnen, die aus der Arkon Professional Welt hier in die Arkon BIM Welt einsteigen, vielleicht eine kleine Umgewöhnung, aber ich kann Ihnen versichern, Sie werden es zu schätzen wissen, wenn Sie hier eben schnell die Decken selber so definieren, wie Sie sie dann letztendlich auch brauchen. Über unseren Geschossexplorer kopieren wir uns jetzt den Erdgeschossgrundriss einmal nach oben, wählen bei kopierte Wände alles aus, alles andere haben wir ja nicht und haben dann somit ein neues Level oberhalb eingefügt. Ich klicke hier wieder auf Berechnen und schon haben wir natürlich auch diesen Bereich nach oben komplett kopiert. Neben der reinen freien Geometrie einer freien Decke haben wir aber noch einen ganz entscheidenden Vorteil, den Sie natürlich auch mit einer freien Decke überhaupt nutzen wollen, denn eigentlich könnte sich ja die Frage ergeben, ja Moment, wenn ich eine Decke an einem automatischen Bereich oder eine Decke an einem nicht automatischen Bereich koppeln kann und die Decke liegt immer auf einer Höhe, okay, ich kann die Geometrie frei einstellen, dann wäre ja hier noch eine einzige Frage offen, wie ist es denn mit einer unterschiedlichen Höhe? Dazu schauen wir uns ganz kurz nochmal an, was passiert, wenn wir hier die keine automatische Deckenplattenfunktion wieder deaktivieren, es wird wieder die Standarddecke eingehängt und natürlich hat diese Katalogdecke die Dicke 25. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf meine grün gestrichelte kurz verzweige, sehen Sie, dort hatte ich für den Katalog die Anlage 18 cm getätigt. Das bedeutet, wenn ich diese Werte hier ändere, hat das Auswirkungen auf die Dicke, ja des Totes, aber Sie haben hier alle anderen Werte aktiv. Würden Sie hier gar keine Decke als Stammplatte wählen, würde natürlich auch der dicken Wert der Rotdecke gelten, den Sie entweder händisch eingegeben haben oder eben über Ihre Datei hier eben reingeladen haben. Sie sehen das schon, 18 cm, hier steht automatisch unbenannt, das heißt also, meine Vorlaufdatei überschreibt jetzt sozusagen alles, gewinnt an dieser Stelle. In dem Moment, wo ich bei Automatismus die Deckenplatte reinhänge, verändert sich hier die Rohdecke und in dem Moment, wo ich den weiteren Schalter setze, keine automatische Deckenplatte, bleibt natürlich auch erstmal alles so bestehen, wie ich es hier voreingestellt habe. Das heißt, wenn Sie nichts sagen, erhalten Sie natürlich auch die Decke im Schnitt auf der Höhe der automatischen Decke. Das macht natürlich auch in dem Fall Sinn. Jetzt haben Sie einen wirklich schönen Schalter hier oben in dem Deckenbereich auf der ersten horizontalen Leiste und zwar den Deckenaufbau wie Geschoss. Der ist in diesem Moment definiert. Bitte nicht verwechseln mit dem keine automatische Deckenplatte verwenden Schalter. Das sagt ja nur, dass die Decken, die automatischen Decken in dem Fall im Grundriss, in diesem Grundriss ausgeblendet werden. Das hat aber natürlich nichts damit zu tun, dass sich die neue freie Decke immer noch an ihrer Geschosshöhe definiert. Und wenn Sie das nicht haben wollen, dann können Sie zum Beispiel hier Deckenaufbau wie Geschoss rausnehmen, können jetzt die Rohdecke zum Beispiel ändern, also die Dicke der Decke definieren und natürlich auch hier auf die Niveaus zu greifen. Und das ist natürlich eine fantastische Möglichkeit und genau das machen wir an dieser Stelle mal. Schauen wir uns also nochmal die Schalterabhängigkeit an. Was passiert, wenn wir diesen Schalter hier oben drücken, dann wird automatisch in diesem kleinen Pop-up Fensterniveau Aufbau hier auch der Haken reingesetzt. Also ich kann den Schalter hier deaktivieren, ich kann den Schalter aber auch im Niveau Deckenaufbau aktivieren, ist also eine Interaktion mit dem Schnellzugriff. Eine schöne Möglichkeit, hier eben schnell über den Schnellzugriff zu sagen, ich möchte eine 30er Rohdecke zum Beispiel haben, eine 18er oder eine 20er. Wenn Sie hier im Niveau Aufbau selbst sind, können Sie das natürlich hier auch nochmal händisch anklicken und somit Zugriff auf den Fußboden haben, die Abhängung haben und natürlich auch die Rohdecke. Würde bedeuten, wenn wir jetzt den Fußboden mit 0,10 eingeben und die Rohdecke mit 0,30 ich übertreibe das jetzt mal damit wir ein paar Änderungen sehen und hier mit dann können wir die nächste Decke, die wir jetzt eingeben, das tun wir mal und ich zeige Ihnen jetzt gleich wieder etwas Neues, nämlich mit der Funktion Deckenplatte Polygon mit fester Breite. Wofür benötigen wir denn das? Und wie gesagt, das machen wir gleich mal mit unserer freien Decke, die wir auf eine andere Höhe legen. Zum Beispiel können Sie mit dieser Funktion sehr schön eine Balkonplatte, einen Kragarm definieren. Das tun wir mal eben. Ich aktiviere mal Deckenplatte Polygon mit fester Breite. Sie erinnern sich ja noch an unsere Optionen, die kleinen rote Plus-Option und auch hier muss ich mir das Fenster hier nochmal auf meinen Bildschirm ziehen. Sie haben dann die Möglichkeit, die Breite dieser Decke einzugeben. Genau das Gleiche haben wir bei den Wänden auch gemacht. Der Schalter ist genauso zu verwenden, wie Sie das bei den Wänden kennen. Sie können hier, lassen wir mal ruhig die 2m Breite eingestellt. Den Versatz lassen wir natürlich in dieser Stelle wenn ich jetzt mir einen Kragarm hier oder eine Balkonplatte definieren wollte, die hier an dieser Stelle links oben angebaut wird, dann könnte ich natürlich und müsste es auch, wenn ich nicht mit dem Arbeitspunkt arbeite, wieder mit Hilfslinien arbeiten und genau das wollen wir vermeiden, deswegen auch hier genau wie bei den Wänden ein kleiner Refresher. Wenn wir unseren Arbeitspunkt, den wir diese Stelle setzen, Sie sehen, ich habe ihn jetzt in der Auswahl, setze einmal kurz ab, zeige in diese Richtung hier unten hin, gebe meinen Wert ein, zum Beispiel 5,50 Meter, der Wert ist schon mit minus 90 im Winkel voreingestellt, weil ich ja schon nach unten gezeigt habe, Sie sehen auch hier das kleine Kreuz an der Außenkante der Wand, ich sage jetzt einfach nur Enter, schauen Sie wie schön das ist, ich habe die Kragplatte hier dran hängen, die Taste W gibt mir die Möglichkeit sie zu führen oder zumindest die Kante zu definieren, die innen liegen soll, ich suche mir einfach hier den Schnittpunkt, gehe um die Kante einfach rum und auch hier brauche ich jetzt wieder keine Hilfslinie für einen fiktiven Wert, der jetzt zum 6 Meter ist, ich zeige einfach nur in die Richtung, achte darauf, dass in dem kleinen Tooltip an der Maus eben die 00 für den Winkel schon richtig drinsteht und brauche jetzt nur noch zum Beispiel 5 Meter 50 hier rein tippen, das kleine rote Kreuz wandert an den Punkt, wo es hin soll, ich drücke Enter und mein Kragarm ist fertig, ich beende die Funktion mit Escape und die Deckenplatte sitzt an der richtigen Stelle und wenn wir das hier mal in der 3D anschauen, ich zoome mich da mal ein wenig drauf, ist nämlich jetzt genau das passiert und an dieser Stelle kann ich Ihnen das jetzt auch sehr schön zeigen, wie wir das mit der unterschiedlichen Deckenhöhe realisieren, das gilt natürlich für jede freie Decke, aber an der Stelle kann man sehr schön damit rumspielen, ich kann jetzt nämlich sogar in 3D auf das Element drauf klicken, gehe wieder auf meinen Niveauschalter und könnte jetzt hier meine Änderung vornehmen, das heißt, relativ zur Unterkante der Rohdecke möchte ich jetzt gerne eine Verschiebung nach oben oder unten vornehmen. Auch hier wieder der Tipp, entweder hinter die Zahlen klicken und auf der Tastatur die kleinen Pfeilzahlen oder die kleinen Pfeilsymbole benutzen, das kann man dann hier sehr schön einstellen oder natürlich den Wert händisch rein tippen. Häufig geht es ja bei sowas eher darum, eben mal kurz zu schauen, wie wirkt sowas, wie sieht sowas aus, man kann das dann schnell mal in der 3D hindrehen und dann eben hier sagen, über den Niveauaufbau schaue ich mir mal an, wie die Decke jetzt in 20 mit einem 15 Belag wirkt, gut, das ist jetzt im Außenbereich sicherlich nicht so gang und gäbe, aber Sie verstehen glaube ich, wohin die Reise geht und hier dann eben die Rohdecke zu definieren, können Sie hier frei die Decke an der Hauswand sozusagen rauf und runterschieben. Sie sind hier auch nicht ans Geschoss gebunden, das heißt, ich kann hier zum Beispiel auch sagen, ich möchte die Decke auf 2,50 setzen, dann gehört diese Decke natürlich immer noch zum Erdgeschoss, weil wir haben sie im Erdgeschoss abgesetzt, die Decke liegt jetzt aber dann auf der Niveauhöhe 2,50 gehört noch zum Erdgeschoss und ist dementsprechend frei positionierbar, also auch ein wichtiger Schritt zum Split Level Gebäude, wo wir in einem der nächsten Videos natürlich noch mal zukommen. Ich glaube, das ist sehr eindrucksvoll gezeigt, Sie können wie gesagt auch hier oben sehr schnell Zugriff drauf nehmen, Sie müssen nicht immer den Niveauschalter aktivieren, wenn Sie zum Beispiel dann hier oben arbeiten im Schnellzugriff, haben Sie natürlich auch die Möglichkeit sofort Änderungen hier aktiv im Grundriss zu sehen. Das Gleiche können wir jetzt exemplarisch nochmal für eine Decke im Grundriss machen. Wie gesagt, es geht ja heute nicht darum, das schönste Haus zu bauen, sondern es geht ja darum, dass Sie einmal die Funktionsweise dieser freien Decken verstehen und dann verstehen Sie auch, was ich ungefähr fünf Minuten vorher gesagt habe, ich verwende sie nur noch, weil man sehr variabel mit Grundrissen arbeiten kann. Natürlich, wenn Sie einen Grundriss haben, in dem Sie hundertprozentig wissen, was ja meistens der Fall ist, dass Sie die Decke auf einer Ebene brauchen, in einem Geschoss und da nicht dran rühren, dann können Sie sie natürlich auch mit der automatischen Deckenfunktion einziehen, aber ich finde, das Maß an Flexibilität ist hier schon sehr gewaltig und schön zu realisieren. Auch hier kann ich natürlich wieder im 3D meine Decke anklicken, sie wird mir dann markiert, macht natürlich dann mit der Fenstertechnologie wieder Sinn, denn im Grundriss die Decke zu picken ist natürlich nicht ganz so einfach, auch dafür gibt es Helferlein mit der Layer Steuerung auch nicht heute gerade Thema, kommen wir an einem anderen Themenpunkt noch mal zu, aber wie gesagt hier macht das ja durchaus Sinn in dieser Pingpong Darstellung 3D Grundriss Schnitte zu arbeiten. Übrigens natürlich auch hier wieder in den Schnitt hinein klicken Berechnung neu starten und schon sehen sie die Decke und da sehen wir natürlich keinen Schnitt das sind Ansichtskanten wir schauen ja von hier auf die Deckenplatte die Deckenplatte läuft nach hinten durch liegt ja ein Stück weit höher das sehen wir hier an dieser Stelle und das wird mir dann natürlich hier gleich im Schnitt auch dargestellt kommen wir aber noch mal zurück zu unserer reinen Geschoss Decke hier könnte man zum Beispiel jetzt auch eine andere Größe definieren ich mache das jetzt einfach mal ganz kurz händisch das heißt auch hier können wir wieder frei die Decke nach oben schieben an dieser Stelle tue ich das einfach mal nur bis hier hin Sie sehen die Decke öffnet sich über dem Grundriss das schauen wir uns auch nochmal in 3D an und ich bin natürlich jetzt auch in der Lage eine neue eigene Decke zu platzieren das heißt auch hier würde ich wieder in der Konstruktion obacht wir waren im falschen Fenster schalte hier wieder auf 3D auch ich muss mich da immer noch ein bisschen dran gewöhnen das richtige Fenster zu klicken dass ich dann auch natürlich hier nicht aus versehen was ändere aber das geht ja relativ zügig ich aktiviere also wieder mein Konstruktionsfenster gehe auf die Decke nehme mir eine neue Decke und könnte jetzt zum Beispiel hier sagen ich nehme diese grün gestrichelte das ist jetzt einfach nur mein Beispiel gehe an diese Stelle und ziehe mir bis hier unten zum Beispiel eine andere Decke die dann auch wieder einen anderen Aufbau haben kann und eine andere Höhe und da greifen wir natürlich noch mal drauf zu ich habe den Decken Aufbau wie Geschoss ausgeschaltet natürlich greift jetzt erstmal die Voreinstellung dieser Decke dazu rate ich ihn natürlich auch wenn sie eine neue Decke anlegen oder Änderungen zum Beispiel tätigen hier und wollen die Decke standardmäßig weiter ändern ich stelle das jetzt mal auf 30 Zentimeter auch das übertreiben wir jetzt einfach mal und legen diese Decke auf einen Meter zum Beispiel eigentlich sehr schön dran gewöhnt hier über diese kleinen Tasten oder eben auch über die Pfeiltasten auf der Tastatur zu arbeiten dann haben sie die Möglichkeit diese Decken in der Konstruktion ganz einfach gegeneinander zu verschieben und wir übertreiben das jetzt ganz nochmal und schieben diese Decke dann mal im Geschoss nach unten der Vorteil und das sehen sie jetzt hier sehr schön in 3D zu das noch mal ein wenig auf dass das für sie im Fenster auch schön sichtbar wird ist jetzt wirklich genau wie für die Deckenplatte die hier auskragt alle drei Decken gehören nach wie vor in mein Erdgeschoss weil ich sie dort angelegt habe hätte ich ein Geschoss oben drüber oder unten drunter und würde das als aktiviert mit dem blauen Punkt darstellen und lege dann dort eine freie Decke ich möchte Ihnen aber auch zeigen wie Sie Werte zum Beispiel schnell editieren jetzt kann es ja durchaus sein dass sie diese grün gestrichelte Decke mal angelegt haben nutzen die da hatte ich 18 Zentimeter eingegeben wir schauen uns das im einzelnen noch mal über den Schalter Niveau Aufbau an und hier kann ich natürlich auch Änderungen vornehmen wenn ich das nun tue und würde sagen wir deaktivieren mal alles ich gehe mal wieder in meinen Grundriss hinein und sage jetzt zukünftig möchte ich diese grün gestrichelte Decke vielleicht gar nicht mehr grün gestrichelt haben sondern sie soll rot gestrichelt sein und ich möchte einen ganz anderen Aufbau haben dann ist das auch kein Problem diese Decke eventuell sogar im Katalog entweder selbst zu überschreiben mit den Daten jetzt zu aktualisieren die ich einstelle oder eben einen neuen Eintrag anzulegen weil ich die grüne gestrichelte behalten will überschreiben wir erstmal einige Werte das heißt ich wähle mir die grüne Decke aus brauche sie noch nicht mal zu setzen die ist ja hier oben jetzt ausgewählt könnte zum Beispiel jetzt in meine Einstellungen gehen und sage relativ zur Unterkante dieser Rohdecke soll diese Decke immer auf der und der Höhe liegen das würde ich Ihnen nicht empfehlen weil das ja natürlich von jedem Gebäude unterschiedlich abhängig ist aber zum Beispiel könnte ja eine Decke zum Beispiel 025 stark sein auch das übertreibe ich jetzt an dieser Stelle etwas ich hätte einen Fußboden Aufbau von 015 und möchte diese grünen Werte der grünen Decke überschreiben dann gibt es eine ganz einfache Möglichkeit auch da würde ich nochmal auf rote Strichelung stellen das hatten wir eben nicht geändert und sage jetzt über den kleinen Stift hier vorne aktuelle Werte im Katalog speichern das bedeutet dass die jetzt ausgewählte grün gestrichelte Decke wo ich übrigens einen Klangrechtschreibfehler drin habe sich jetzt aktualisiert in dem Moment wo ich hier drauf drücke wird mir ein Stammdatenfenster geöffnet hier könnte ich das jetzt kontrollieren beziehungsweise korrigieren was ich hier eingebe und auch eventuell eine grün oder rot gestrichelte Decke eingeben das können wir auch tun oder ich nehme den alten Wert eben grün und würde hier auf den kleinen Pfeil klicken Sie sehen schon die Werte die ich jetzt geändert habe werden hier sogar schon als kleines Symbol angeboten ich mache natürlich jetzt hier diesen Fehler nicht dass ich das hier überschreibe mit grün sondern ich würde jetzt natürlich rot reinschreiben das würde passen aber wenn wir den reinen Wert überschreiben wollen auch mit dem Rechtschreibfehler würden wir natürlich die Bezeichnung nicht ändern sagen okay und der Katalogeintrag hat sich editiert und geändert das heißt auch Katalogeinträge gilt übrigens für alle Bauteile auch für die Wände da hatte ich Ihnen das glaube ich nicht gezeigt können Sie über diese Schnellfunktion ändern der zweite Weg wäre der ich habe im Prinzip meinen Wert hier habe mir vielleicht auch die Katalog Decke schon ausgewählt nehmen wir ruhig wieder die grün gestrichelte die jetzt ja rot gestrichelt ist ich setze wieder neue Werte das heißt also wir sagen hier 020 wir sagen hier 010 und speichern diese Einstellung natürlich jetzt nicht über diesen Stift ab das würde ich an dieser Stelle nicht tun sondern sie gehen einfach hier in den Katalog rein erstellen sich ein neues Element nennen das Element aus in diesem Fall hätten wir natürlich zweimal die gleiche Farbe können hier noch eine kleine Beschriftung machen auch hier ich rate Ihnen dazu es genau wie bei den Wänden zu tun beschreiben Sie die Bauteile bitte so genau wie möglich das heißt ich würde jetzt hier im Prinzip schreiben Deckenaufbau 20 Fußboden 10 und dann speichern Sie sich die Deckenplatte ab haben sofort den Zugriff und neue Deckenplatte ich glaube das ist aber auch an dieser Stelle wieder kein Zauberwerk ich möchte Sie nur dazu animieren legen Sie sich regelmäßig Bauteile an Sie können Sie an vielen Stellen verwenden Sie können sie kalkulieren Sie können Massen und Mengen hinterlegen Sie können Eigenschaften hinterlegen die Sie später dann bei Ihren Auswertung gut benutzen können und ich glaube das soll ja auch das ziel Das ist erst einmal alles was ich Ihnen zu automatischen und freien Decken zeigen möchte wir werden in einem weiteren Kurs ein Split Level Gebäude bauen zumindest erst mal einen Grundriss und da werden Sie dann noch mal alle Bauteile in Aktion erleben was wir vielleicht als nächsten Punkt angehen das wäre hier die Decken Öffnung auch die können wir wählen und wenn wir die Decken Öffnung ich nehme jetzt einfach mal freie Decken Öffnung in eine Decke setzen dann haben wir natürlich auch hier wieder unseren kleinen Dialog den bitte immer einmal ganz kurz angucken was hier möglich ist und zum Beispiel haben Sie hier einen sehr wichtigen Schalter wenn Sie in einer Decke ein Loch definieren ich mache das jetzt einfach mal an dieser Stelle und Sie haben ein Geschoss oben drüber dann möchten Sie in Decke angezeigt wird und das können Sie hier über dieses kleine Fenster Decken Öffnung sehr schön steuern im Geschoss oberhalb anzeigen möchten Sie das an einem gewissen Punkt nicht haben dann deaktivieren Sie das einfach und natürlich auch die Abzugsflächen können Sie definieren das ist also eine Möglichkeit das hier relativ einfach darzustellen ferner haben Sie wieder die Darstellung auch dieses Deckenloch hier zu definieren und das sehen wir dann natürlich auch hier direkt in der 3D so könnte man zum Beispiel Decken Öffnung durchführen nicht nur für Treppen sondern vielleicht auch für Abwasserrohre für Zu- und Ableitungen damit hätten Sie also die Möglichkeit auch komplett 3D Entwässerung zu planen der Vollständigkeit halber bauen wir uns jetzt mal ein Geschoss oben drüber und schauen mal was mit unseren Decken und Deckenlöchern dann so alles passiert dazu wechsle ich nochmal in meine Geschoss Verwaltung hinein sage neues Geschoss oberhalb einfügen komme hier zu dem eben beschriebenen Schalter kopierte Objekte welche Wände sollen übernommen werden das kann ich mir natürlich hier nochmal aussuchen jetzt nicht schauen wir mal ob die Platten und Aussparungen mit übernommen werden sollen das heißt also ich könnte jetzt die Aussparung auch mit nach oben kopieren oder sage im darüber liegenden Geschoss wäre dieses Loch nicht vorhanden sondern nur in dieser Decke dann würde ich dieses hier deaktivieren das machen wir auch einfach mal ich sage ok wieder den Schnitt einmal über den Aktivieren Schalter berechnen aktivieren und neu einsetzen und sie sehen sie haben hier dann in 3D ein bisschen runter nach oben hochkopiert also auch hier eine sehr schöne Möglichkeit dann sehr einfach diese Elemente mit nach oben zu kopieren und natürlich haben wir auch diese Decke hier diese Versatz Decke mit nach oben in das obere Geschoss raufkopiert bitte nicht davon irritieren lassen dass wir hier noch unsere Decken Ansicht der Standard Decke haben wie gesagt der gestrichelte Wert an sich gilt hier erstmal diese Linien können sie später dann in ihrem Schnitt ausblenden kommen wir aber auch zu gegebenem Zeitpunkt noch einmal ganz genau zu eine kleine Änderung müssen sie an dieser Stelle noch durchführen ich würde mal eben kurz das Grundriss Fenster zum 3D Fenster zusätzlich machen damit ein bisschen mehr sehen schalte mal meinen Geschossexplorer weg und sie sehen jetzt hier irgendwie stimmt das aber alles noch nicht sie haben hier irgendwie einen Fußboden so war es ja eben nicht angelegt das hat folgenden Hintergrund wenn sie jetzt in den Geschossexplorer reingehen wechseln mal in dieses Geschoss 3 was wir natürlich auch ganz einfach umbenennen können hier über dieses Auswahlfeld oder in dem Moment wo sie freie Werte eingeben ändert sich das natürlich sofort wir verzweigen noch mal in das Fenster hinein sehen sie dass wenn sie etwas nach oben kopieren immer erst einmal der Standard greift das heißt in diesem Geschoss müssten und könnten sie natürlich wieder die Standard Decken verwenden auch das wieder über die Auswahl möglich vollkommen frei oder sie sagen auch hier keine automatischen Deckenplatten verwenden sagen okay und dann haben sie praktisch auch in diesem Geschoss die automatischen Deckenplatten ausgeschaltet drücken wieder auf berechnen und sehen sofort dass sie hier oben auch wieder nur eine Ansichtsdarstellung bekommen hier dieser Fußboden den sie hier sehen das ist natürlich jetzt die grafische Darstellung der Fußbodenebene die wir eben unten drunter gelegt haben also da bitte nicht verwirren lassen das war jetzt auch nur ein Beispiel dass hier ein paar Decken liegen man kann ja faktisch gar nicht drunter stehen das war ja wie gesagt eben nur ein kleines Beispiel von mir um das ganze nun noch ein wenig transparenter zu machen können sie auch in den 3D Grundriss ein wenig hinein blicken im Standard werden sie das in der Regel nicht unbedingt benötigen weil ja die Decken eh ausgeschaltet sind aber hier wenn sie zwei Geschosse übereinander haben haben sie ich gebe ihnen recht natürlich den Schnitt zur Kontrolle hin und wieder möchte man das aber vielleicht auch mal in 3D zur Kontrolle sehen das heißt sie aktivieren einfach mal das 3D Fenster ich habe das jetzt mal exemplarisch dadurch gemacht dass ich hier in dieses grüne geklickt habe haben hier unten am Rand des Bildschirms einen Dreier Knopf und da können sie sagen transparente Wohnung aktivieren und wenn sie das tun dann sehen sie sehr schön die Lage der Deckenplatten und können sich sozusagen auch in 3D davon überzeugen dass hier alles richtig und korrekt angelegt wurde so wie sie das eben benötigen und an dieser Stelle steigen wir eigentlich auch schon ein wenig in Split Level ein das wollte ich an dieser Stelle noch gar nicht machen passt aber natürlich ganz gut denn wir stellen ja fest dass etwas noch nicht so und jetzt haben wir hier natürlich diese Normaldecke noch drin liegen nun für alle die die aus der Archon Professional Welt kommen die wissen dass wir hier den Raum aktivieren einfach über Klick in 3D oder natürlich im Grundriss und dann sehr einfach über den Niveauschalter sagen können nach oben und nach unten offen um einfach diese Folie des Fußbodens auszublenden und wenn ich das mal tue an dieser Stelle Sie sehen das schon habe ich mir diese Folie weggeschaltet ich könnte jetzt noch in den unteren Bereich gehen und auch hier zum Beispiel noch nach unten offen machen also das macht natürlich an dieser Stelle nur Sinn wenn sie noch ein Geschoss unten drunter hätten wo sie wieder freie Decken haben aber somit können sie sich komplett alle automatisierten Decken ausschalten inklusive Fußboden aufbauten und haben dann über den Röntgen Blick sehr schön Zugriff auf die komplette Struktur in ihrem Gebäude richtig gut sehen wir natürlich diesen Decken Versatz jetzt im Grundriss nur und vor allen Dingen im Schnitt nur wenn wir den Schnitt auch anders definieren denn ich habe ja meinen Schnitt A hier durch die Raum 3 Situation an einer Stelle gelegt wo ich nur eine Decke schneide ich lege mir jetzt in diesem Grundriss noch mal einen zweiten Schnitt hinein auch wie gesagt das in einem anderen Thema aber ich glaube es sehr relativ verständlich dass wir den hier mal eben kurz an diese Stelle setzen ich gehe hier noch mal in diesen Bereich wir lassen das gleich mal hier und da sehen sie dann nämlich auch dass wir hier die beiden Decken eingezogen können wir das dann über die Layer Steuerung im Erdgeschoss tun wenn sie jetzt diesen Schnitt natürlich wieder verbergen wollen gehen sie hier wieder auf Konstruktion und haben hier wieder die Konstruktion können dann in ihrem Schnitt Fenster agieren und zum Beispiel auf den Schnitt B umstellen und hätten diesen dann hier zum Arbeiten sehr schnell in ihrer Voransicht ich möchte noch eben einen kleinen Hinweis zur Darstellung im Schnitt der Fußbodenoberkante und Deckenunterkante geben dazu habe ich eben noch einmal unsere Fußböden wieder eingebaut und im Schnitt sehen wir ja jetzt diese Unterkante der Decke also des Raumes die Unterkante und hier oben die Fußbodenoberkante gleiches gilt hier für Unterkante der Decke diese Linie hier oben das ist tatsächlich die Trennkante des Geschosses wir sehen ja auch das heißt hier wird praktisch das Geschoss abgeschnitten und diese durchgehende Linie und diese durchgehende Linie kennzeichnen jetzt die Oberkante des jeweiligen Geschosses das ist also später tatsächlich nur im Schnitt zu eliminieren aber wir könnten wenn wir es schon wissen und diese Linien auch nicht brauchen weil wir eben diese Decken nicht benötigen diese Unterkante diese Fußbodenoberkante und diese Deckenunterkante natürlich relativ Minierung der eigentlichen Hauptdecken hier dargestellt durch das Parkett noch nicht gezeigt dazu stelle ich hier nochmal im großen Fenster auf 3D und dann sehen wir das etwas besser und ich klicke nochmal in den Raum hinein in dem Raum nochmal über die Niveaus schalte ich jetzt nach oben offen da passiert jetzt folgendes diese Linie das werden wir gleich bei Neuberechnung sehen verschwindet und nach unten offen bedeutet dass diese kleine Fußboden Linie verschwindet das bestätigen wir und drücken jetzt mal im aktivierten Schnitt Fenster auf berechnen achten sie bitte auf diese und diese Fußboden Linie diese beiden Linien sind verschwunden jetzt hatten wir ja eben hier in dem Raum Obergeschoss gesagt nach unten offen jetzt werden sie sich fragen warum ist denn dann noch diese Linie da nun nach unten offen bedeutet hier in diesem Fall nur dass der Fußboden des Obergeschosses natürlich rausgeblendet wird weil wir die Decke eben rausgenommen oder vielmehr diesen Bereich diese Fläche eben rausgenommen haben wenn wir die Unterkante im Erdgeschoss noch raus haben möchten dann müssen wir natürlich hier im Erdgeschoss den Raum auch aktivieren und könnten dann auch über Niveaus nach oben offen sagen an dieser Stelle und achten Sie bitte drauf was passiert nach der Berechnung ich lasse es nochmal durchrechnen auch diese Linie verschwindet und gleiches könnten wir natürlich nochmal für den Fußboden durchführen das hatte ich ja eben schon gesagt das macht natürlich nur Sinn wenn Sie natürlich auch ein Geschoss unten drunter haben Sie sehen jetzt dass wir hier im Schnitt ich schalte das tatsächlich auch nochmal auf groß um dass wir auch das nochmal sehen hier auf Schnitt B dann haben wir das nochmal in voller Größe und machen nochmal die Layer Fläche zu dass wir jetzt im Prinzip bei den Raumflächen die Unterkante der Fläche Decke den Fußboden als Fläche und auch hier wieder die Raumfläche unter der Decke eben durch die Deaktivierung der Decke in den jeweiligen Geschossen ausgeschaltet haben diese Geschoss Trennlinie die bekommen Sie dann geht dann aber wirklich und unserem Schnitt Seminar wo ich Ihnen das zeige ist überhaupt keine Arbeit ist ein Klick und damit ist auch diese Linie verschwunden also das soll heißen wenn Sie wissen dass Sie in Ihrem Projekt mit Split Level oder versetzten einzelnen Decken arbeiten und die Hauptdecken dann natürlich nicht benötigen dann deaktivieren Sie hier auch schon ausgeblendet an dieser Stelle nehmen wir das alles nochmal zurück und ich zeige Ihnen jetzt noch einmal im Schnelldurchlauf was passiert wenn wir ein Geschoss löschen an dieser Stelle würde ich jetzt einfach rechts klicken Sie können auch Minus sagen aber ich mache das hier über den Rechts klick markiert das Geschoss löschen er wird dann alle Elemente dort rausnehmen ich die Situation ist wieder dargestellt und auch hier natürlich hat sich was verändert wir erzeugen nochmal eine Kopie nach oben ich sage jetzt aber alle Wände Platten und Decken Platten übernehmen sage dann ok und sehe jetzt wenn wir den Schnitt aktualisieren genau das was wir vorher auch hatten plus die beiden Decken die wir jetzt ebenfalls mit nach oben kopiert haben auch hier nochmal der kleine Refresher die gerade genannt auch das können wir wieder umbenennen indem wir hier wieder drauf gehen denkt natürlich noch immer sie können mit automatischen Decken arbeiten das heißt also wenn sie das neue Geschoss anlegen wird immer der Automatismus verwendet sie sagen einfach wieder keine automatischen Decken Platten aktualisieren den Schnitt und fertig ist genau diese Konstruktion somit hätten sie eigentlich schon sehr schön Split Level eingegeben das sieht natürlich nicht alles jetzt ein bisschen komisch an dieser Stelle aus aber ich glaube das Prinzip ist sehr schön klar geworden an dieser Stelle noch ein kleiner Tipp sollten sie einmal vergessen haben bauteile mit nach oben zu kopieren ist das natürlich auch kein Problem ich nehme das Obergeschoss noch einmal heraus wir aktualisieren den Schnitt noch einmal ich gehe wieder in meinen Grundriss wir machen das Spiel zum dritten Mal ich erzeuge noch mal ein Geschoss oben drüber diesmal nenne ich es auch gleich Obergeschoss und sage bei kopierte Objekte ich möchte die Platten und Decken nicht mitnehmen erzeuge mein Geschoss und jetzt ist es vielleicht so dass sie in einer halben Stunde feststellen verflixt jetzt habe ich vergessen meine Decken mit hoch zu kopieren das ist überhaupt kein Problem Sie können jederzeit jedes Bauteil markieren das tun wir jetzt auch mal und ich würde gerne versuchen das mit ihnen mal in 3D durchzuführen dann sehen wir es natürlich am eindrucksvollsten dazu stelle ich hier nochmal um gehe wieder in meinen Raum hinein stelle natürlich nochmal meine Niveaus aus das hatten wir ja eben deaktiviert natürlich hatten wir das wieder gelöscht dann müssen sie das natürlich wieder neu aktivieren und klicke mir jetzt beimachen können aber so wird das für sie sehr interaktiv sichtbar klicke jetzt hier rechts in diesen bereich hinein mit den beiden markierten decken oder mit mehreren decken zum beispiel könnte ich auch noch die kragplatte hier aufsammeln aber für diesen fall lassen wir das mal so wir gehen dann über bearbeiten in den kopieren schalter und sagen hier einfach in anderes geschoss kopieren und alles was jetzt markiert wird wird jetzt vom erdgeschoss sehr einfach ins obergeschoss kopiert kleiner refresher wieder durch klick in die schnitte und schon ist das thema erledigt hier nochmal einmal in der konstruktion falsches geschoss entschuldigung anwählen mit dem blauen punkt eben schnell die decken platten wieder ausgeschaltet schnitt wieder refreshed und alles ist so wie gehabt das heißt ich habe ihnen jetzt haben sie die möglich etwas nachzureichen und wie gesagt das was ich ihn exemplarisch kopieren der bauteile die markiert sind in ein anderes geschoss gezeigt habe funktioniert für alle anderen elemente und bauteile in aconbim natürlich selbstverständlich gleich an dieser stelle des grundlagen kurses verfügen sie nun über einen großen grundwissens schatz was decken angeht an dieser stelle würde ich das thema auch beenden wollen ich glaube ihnen ist klar geworden wie wir geschosse definieren wie wir decken absetzen wie wir automatische decken verwenden und wie wir dann die freien decken einsetzen wir haben einige funktionalitäten gesehen die sie sehr gut auch mit anderen bauteilen verwenden können und damit schließe ich erstmal den bereich decken für heute ab an dieser stelle kommt wieder der obligatorische abspann und natürlich mein auf unserem kanal ansteuern und fleißig weiter lernen in diesem sinne ich bin jetzt raus servus und ciao